Untertitelung des ZDF, 2020 The Game, das Geschenk seines Lebens, auch von Fincher, hatte mir die düstere, seltsame Seite von Shores Musik mit diesen anhaltenden Klaviernoten noch besser gefallen. In einem anderen Genre gefiel mir der Vorspann von Panic Room, in einem rhythmischeren Stil, der perfekt zu den New Yorker Hochhäusern passte, die an der unsichtbare Dritte erinnerten. Vor Shaw gab es außerdem Elliot Goldenfall mit seinen kräftigen, wellenartigen und vor allem gruseligen Dissonanzen in Alien 3, dem ersten Spielfilm des guten Herrn David. Nach Shaw war es der liebe Alexandre Desplat in Der seltsame Fall des Benjamin Button. Seine verwunschenen Zaubersprüche hatten es mir angetan, ebenso wie Cate Blanchett und Brad Pitt. Das will was heißen. Aber noch besser gefielen mir die düsteren Wirbel des genialen David Shire in Zodiac, die Spur des Killers. David Fincher hatte die schöne Idee gehabt, ihn in Erinnerung an Coppolas der Dialog einzubeziehen. Und dann natürlich Inner City Blues von Marvin Gaye. Das kann nie schaden. Das erinnerte mich an das traumhafte Auftauchen von White Rabbit von Jefferson Airplane mit der unglaublichen Stimme von Grace Slick in einer bläulichen, apokalyptischen Stimmung. Ich war beinahe so fassungslos wie Michael Douglas. Und da David Fincher eindeutig gute Musik liebte, verhehlte ich auch nicht meine Freude an Where Is My Mind, der Pixies in Fight Club. Edward Norton und Helena Bonham Carter schienen es auf ihre Weise zu genießen. Try this trip and spin it! Vorliebe für das muskulöse Cover des Klassikers von Grieg in der Halle des Bergkönigs, das sich in The Social Network über dieses atemlose Ruderrennen legt. Fincher liebte auch Bach. Den Beweis liefert in Sieben die Suite in D-Dur zu den höllischen Bildern von Dante. Nicht Joe Dante, eher der mit der göttlichen Komödie, wenn Sie verstehen, was ich meine. In einer weiteren Bibliothek war ich von dieser himmlischen Stimme, die geradewegs Pergolesis Stabat Mater entsprungen war, wie hypnotisiert. In der Serie Mindhunter, Staffel 2, Folge 3, natürlich von Fincher. Die Bibliothek ist kaputt. Immer noch in der seltsame Fall des Benjamin Button war diese Andacht der Platters ebenso unwiderstehlich. Außerdem hatte mich der liebe David in der Serie Mindhunter, was Musik anging, verwöhnt, mit einer Andacht im Stil von Roxy Music. Aber auch Psycho-Killer, Keskesé, der Talking Heads. Psycho-Killer, Keskesé. Und nicht zu vergessen, ein wenig Bowie. Das hat noch nie geschadet. Um zu Benjamin Button und zum glamourösen Paar Brad und Kate zurückzukommen. Sie schienen sich gut zu Twist and Shout der Beatles zu amüsieren. Da hatte ich richtig Lust, einen Pinsel zu nehmen und ihnen zu helfen. Ja, so bin ich. Ein Lied der Beatles und sofort bin ich im Anmarsch. You know, you twist so fine. You twist so fine. Come on, twist a little closer now. Übrigens hatte Fincher noch ein Lied der Beatles verwendet. Baby, you're a rich man. Als symbolisches Stück am Ende von The Social Network. Auch nicht schlecht. Wie fühlt es sich, zu sein? Oder nicht die schönsten alten Leute? Wie oft hast du da? Na gut, wer Beatles sagt, muss auch Stones sagen. Und das erinnerte mich daran, dass David Fincher, bevor er zum Film kam, jede Menge Musikclips gedreht hatte. Wie diesen für Love is Strong mit Jagger und Richards. Bigger than life. In einem leidenschaftlicheren Stil gefiel mir auch dieses Cover von L.A. Woman, The Doors von Billy Idol mit seiner barocken und glamourösen Zeremonie. Glamour sah man auch ziemlich viel im Clip zu Freedom von George Michael mit dem Special Guest Linda Evangelista. Keine geringere als sie. Natürlich war ich besonders angetan von der geisterhaften Präsenz des großen Christopher Walken im Clip von Bad Girl. Im Übrigen hatte Fincher auch den Superclip für Vogue gedreht. Und da fragte ich mich sofort, warum er nie Musicals gefilmt hatte. In einem anderen Genre war einer meiner Lieblingsfincher Clips mit Sicherheit der abstraktere für Only von Nine Inch Nails. Das erste, was wir brauchen, sind viele Bilder. Unfortunately, Harvard doesn't keep a public centralized Facebook, so I'm going to have to get all the images from the individual houses that people are in. In Gone Girl waren Reznor und Ross in einem minimalistischeren Stil tätig. Und das war auch nicht schlecht. Vor allem, da Fincher die Gelegenheit genutzt hatte, um eine kleine Hommage an Dreier im Kühlschrank einzubauen. Und dann war da Mank, in dem sich Reznor und Ross glücklich am Elektro-Retro versuchten. Und sogar am Elektro-Swing. Das gefiel mir auch gut. Vor allem diese Szene, in der ein Western perfekt getaktet gedreht wird. Help! Please! Someone save me! Ich dachte, ich sei mit David Fincher fertig, als mir plötzlich diese entfernten Klavierklänge und diese Super-8-Bilder aus meiner Kindheit wieder in den Sinn kamen. Man hätte es für einen Film von Jonas Meckers halten können, aber nein, es ist der Anfang von The Game. In der Musik gibt es immer ein Geheimnis. Und hier ist das Geheimnis ganz einfach. Wie sie, wie ich, ist David Fincher ein großer Melancholiker. Aber er will nicht, dass man das weiß. Und dafür liebe ich ihn. Und hier ist das Geheimnis ganz einfach. Und hier ist das Geheimnis ganz einfach.